so start ja ich stelle ich fange direkt an loszulaufen und suche ja doch jetzt geht es in der nächste schenke als erstes in die mitte was wir in der stadt enthalten wir uns ja ich wollte mir die Wette in der Seite ich glaube immer aus versteck ich werde ich es an wer witzig hier er hat wenn man es dann auf der kleinen Fländer mit dann machen könnte dass er führte immer jungen das ist derzeit wenn es länger überhaupt zu dritt oder zu zweit spielen ja aber es ist einfach glaube ich war auch wenn die nachhören die nur noch mal – das ist, wenn ich mich aufwege, eh, wenn ich mich aufwege, ey, wenn ich mich aufwege, dann ist es ein Zeug, bro, seit ich habe schon meine zweite Seite gefunden, gleich. – Ich habe meine erste, äh, meine erste, äh, meine erste, äh, meine erste. – Ich habe meine Flugzeuge. – Ja, du, du hättest das Glück beim Verstecken gespielt. – Alter, Alter. da zweitmal hat er mich angeschrieben er wird den Mundgeruch er hat er von euch die Seite gemacht und habe ich die genommen ja der ist nicht ich konnte nicht aufgeben natürlich in die Hose kacken gelassen ich glaube ich habe ich glaube mal zurück ich bin am Friedhof geil ja der hätte ich aber ja ich ihn echt noch ey Digga ich hab den ah da ist es ich werde jetzt ich dann noch mehr laufe erschreckt er mich noch mal bitte sei bei einem anderen Mann ey da ist ein Riesenpenis ich glaube schon wieder wir schaffen das 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 sieht bis jetzt nicht schlecht aus so let me take your clothes off back das ist ein Skeletter da habe ich mich erst mal ein bisschen erschrocken die letzte Runde die waren bis dahin sofort rausgegangen weil ich nichts anderes machen konnte da stand einfach Exit habe ich auf Exit gedrückt ich konnte dann noch in den Hintergrund zu gucken ne ich bin oben gelaufen dass man nicht springen kann ist kann ich bin ich bin einmal im Kreis gelaufen er hat man kann springen und er hat ich stehe auf der Anleitung er hätte sein das ist bei diesem bei diesem tanker bei diesem Tankdingern aber es ist eigentlich egal wo die letzte Seite ist ist da ein Skelett es ist nicht mit dem neuen Tankdingern weil es ist bei mir ist der Typ nicht mehr sollte jetzt mal bei dem Motivation äh Junge ich habe mega weg ach jetzt geht's hier auch alle sind auch geschehen Köln seine Seite Sankt oder die ganze Seite gesehen er ist aus dem Herzen ist ein bei diesen ganzen ständen ich bin bei so einem auto das auto ist nicht der halben sechs von elf und dann geht es ab, Bro. Ich hab schon sieben. Sieben? Also bei mir stand ich halt immer noch sechs. Ey, hat einer von euch die Typen schon gesehen jetzt? War schon jemand bei diesem Drehrad? Ja, ich war da. Nö. Das auch ich. Ja, da bin ich gerade. Da hat mich der Typ zweimal gleich hintereinander erschrocken. Das heißt, er könnte bei dir sein, die... Da hast ihr was. Ich hab' auch eine Seite gefunden. Ich hab' auch eine Seite gefunden. Ah, ich hab' auch eine Seite gefunden. In so'n komischen Holzeröhrerin. Ah, ich bin hier auch irgendwo bei so'n Ding rum. Ich hab' auch einen Tor. Treppen kann man nicht hochgehen, oder? Klar. Ja. Oh, sonst Treppen? Ey. Ah! Mann! Ey, dieses Game ist komisch. wir sind schon bei 10 1 0 ich werde ich sterbe jetzt ich hoffe ich nehme auf ich will ich will das vielleicht auch zu hohen doch wissen die ersten der Sanktablauchungen ja was glaubt dass er überglückte und direkt zu einem anderen das wäre jetzt richtig die ehemalige und der Scheiß sie dritte ich das Arsch einfach der eine die ganze Zeit nur so ab und bleibt die Rechte der Welt mit der Arbeit einfach so gut ist es auch kein Nachhinein sein die letzte Sossovier er in Wartemau wollte und so muss der Panzer also so und weiß nicht viel so so dass sie immer bei mir dieser holen so er ist leckend wieder etwas ich bin tot geht dann mal die weinen ja wir haben gewonnen ich hab gesagt ich sterbe als letztes ich hab's gesagt weil ich gewartet habe und er stand einfach nur dieses rote gas er stand einfach da nur er stand da hat er mich getötet alter zweimal hintereinander